Ok Leute, gerade so überlegt, diese Scheiße hier. Was können wir denn noch bauen? Gibt's da irgendwas Scheiß? Ich weiß, dass wir Mauern bauen können. Also Defense Walls. Ah, das bringt nicht viel. Bauen wir erstmal weiter. Ach, das ist Scheiße. Ok, wir haben einen Stock, aber der macht nicht so viel Schaden, wie ich würde. Wäre nämlich super. Ok, wir gehen nochmal was essen. Aber wie wissen wir, wenn wir uns einfach erholen? Das hat auch immer was. Dadurch hat uns... das Nahrung ist das nicht, ey. Ja. Hallo, ich will das Ölchen, danke. Ja, ist doch ok, ey. Hallo. Essen. Ich hätte nicht gern ein bisschen essen. Weißt du was? Was? Warum? Dann brauchen wir uns alten Gescheiß, das Lagerfeuer. Ne, wer bemerkt? Kommen die nachts zum Lager. So, das kleine... Kleine Anmerkung. Das sind die. Blöden Pisser. Scheiße. Alter, wie weit geh ich denn da runter? Das ist ein Arme, aber es rinnt nichts. Das ist ein Arme für den Fisch. Ah, ok. Da geht's, da geht's nicht mehr. Wo sind sie? Komm, ist dein Koffer und ich hab den gesehen. Nein, hab ich den verbrannt? Nein. Geh im Bild auf Feuer, nein, 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 nein. Da sind schon wieder Gegner, das ist so viele. Das ist irgendwie die dumme Feder. Dumme Vögel, verrat mich. Was, da ist auch einer. Könnte mich nicht erzählen, ich bin... ...ein Baum. ...ein Baum. Bastard, ey. Hier, Bastard. So viele, so viele, das ist nicht mehr schön. Ich mach euch alle klapp. Oh, ich bin der Beste! Oh nein. Oh, ich bin ein Schmuck. Ich muss mich einfach so einfach so viel zu tun. Das ist nicht mehr so viel zu tun. Das ist eine Summlücke. Okay, in der Ausland, wo wir jetzt gelandet sind. So, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen was. Was ist das, oh, sehr gut, jetzt haben wir eine Leichtfeierkanone, wieso tust du Kanone weg, du Fisch. Das ist buggy. Okay, das ist buggy, das ist gut. So lange ich mal eine habe, bin ich zufrieden, jetzt haben wir eine Axt. Was ist hier? Sehr buggy alles, sehr sehr buggy. Wie gesagt, wir versuchen jetzt mal, so gut wie es geht zu überleben. Erstmal raus aus der Höhle, diese beschissene Dreckshöhle. Und dann gehen wir weiter. Jetzt haben wir eine Axt, jetzt geht es richtig schlau sehr. Das ist nix mehr mit, uuuuuh. Aber der Stock, schade, dass man den nicht aufrosten kann irgendwie. Lichteffekte sind halt nicht schlecht aus. Lichteffekte sind halt nicht schlecht aus. Läder, ich brauche kein Licht. Ich brauche kein Licht. Wir haben auch keine Karte oder so, dass wir wenigstens wissen, wo wir sind. Das ist alles Selbstorientierung. So, wir bauen jetzt, würde ich sagen, eine Mauer. So sind wir wenigstens nachts. Wir sind wenigstens geschützt. Ich darf hier den ganzen Wald abholzen, was dafür? Ist das in der Luft, oder was? Alles klar. Holz, 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 Holz. In die Legenden-Benkings bin ich zum Entschluss gekommen, dass das jetzt gar nichts bringt, weil ich kann ja gar nicht speichern. Das geht ja gar nicht. Deswegen, warum sollte ich jetzt eine Mauer bauen, wenn das gar nicht geht? Also, erkunden wir einfach mal die Gegend, versuchen ein paar Steine und Holzdinger zu sammeln, damit wir unterwegs ein Lagerfeuer machen können. Wir erkunden jetzt einfach mal die Gegend, und dann schauen wir mal. Da wollte ich was cooles bauen, doch das ging leider nicht. Nein, das Spiel ist noch zum Buggy, denn ich kann nicht speichern. Und der Kerr braucht echt mal Ausdauer. Aber mich würde jetzt wundern, oder interessieren, was ich noch alles erkunden kann. Aber hier gibt es scheinbar mehr als nur eine Höhle. Mann, jetzt bin ich sogar auf der Jagd nach diesen Viechern. Und jetzt kommt keiner. Ja. Sehr witzig. Ich weiß gar nicht, wie groß ist denn das Spiel eigentlich? Gibt es hier auch irgendwie ein Todesende? Ich glaube, das da ist eins. Ja, ich würde sagen... Wir warten einfach mal bis Alpha 4.05 ist, oder so. Weil... Das hat ja hier keinen Sinn. Verstehen wir jetzt einfach mal. Ja, wir sind mal tot. Oh, was für ein Zufall. Ein bisschen schade. Sehr große Position. Ähm... Ähm... Hä, ich hätte auch länger als ein... ...zwei Tage überlebt. Ja, dann warten wir einfach mal bis... ...bis es ein bisschen besser ist, und dann können wir mal gucken. Bis dahin, vielen Dank fürs Schauen. Toto! Vielen Dank, dass ihr The Force Part 2 geschaut habt. Unten findet ihr den ersten Part, wenn ihr den nicht schon geschaut habt. Und das Special-Video mit lustigen Momenten. Außerdem schaut mal bei Nosco vorbei. Mit ihm werde ich bald ein Let's Play Together machen. Hier habt ihr einen kleinen Eindruck von seinem Kanal. Ciao! Laufender Schinken, holy shit! Ihr seid zu dritt, das ist so fair. Au! Ob da jemand einen Schaden? Fuck!